Künstlerfragen Künstlerfragen Einen wunderschönen guten Abend heute bei den Künstlerfragen. Das ist die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks. Ich heiße Franziska Ruprecht und mache Bühnenpoesie. Und mein Gast heute macht Laune und Musik. Linda Jo Rizzo, Sängerin und Entertainerin. Schön, dass du da bist, Linda. Ja, schön hier zu sein, Franziska. Linda, du bist eine Powerfrau und unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht von Events, von Konzerten auf dem Oktoberfest oder irgendwo auf der Welt. Deine Erfolgsgeschichte hat ja schon international angefangen. Du bist Italo-Amerikanerin und mit einer Musikgruppe mit The Flirts nach Deutschland gekommen und hier hängen geblieben. Warum ausgerechnet in München? Ich war hier auf Tournee mit The Flirts in den frühen 80er Jahren und mein Traum war immer alleine zu arbeiten, also Solo-Künstler. Und ich habe die Möglichkeit gehabt hier in München, also das Angebot war hier für Deutschland. Und nach unserer Tour habe ich meinen Vertrag erledigt, bin ich zurückgekommen und bin ich geblieben, einfach. Okay. Und bei The Flirts wart ihr ja drei Sängerinnen. Wir waren zu dritt ja immer blond, brünett und rothaarig. Ich war der rothaariger. Genau. Und jetzt bist du blond. Ja. Das war mein Vertrag. Ich musste rothaarig tragen. Ich war die Einzige von Hautfarbe, das konnte das so richtig tragen. Okay. Also da war man so richtig in so einem Konzept drin und dem wolltest du so ein bisschen entkommen. Ja. Ich wollte alleine arbeiten. Weil ich so gerne entertaine mit einer Girl-Group oder Boy-Group. Das ist immer eine bestimmte Choreography und ja, man muss etwas folgen. Und ich liebe frei zu sein auf der Bühne. Das kann man nur alleine machen. Es geht nicht zu drehen. Freiheit. Ja, Freiheit ist was Wunderschönes. Und jetzt hören wir uns aber erst mal noch einen Hit von The Flirts an. Er war wochenlang in den Top Ten der Hitparaden und das ist Passion. Yeah. Also auch ohne Videoclip. Ich habe echt so dieses 80s-Gefühl gespürt. Also als hätte man so einen Blazer an mit riesen Schulterpolstern und Haarspray, Frisur und so. Hast du das gerne getragen, den Look? Ja, ich meine, das war sehr farbig die 80er Jahre. Da haben wir türkise Augen und rosa Lippen und wie du sagst, die Shoulderpads und Glitzer und der Wahnsinn. Das war richtig lustig. Und ja, heute sind wir aber ganz eher leger und sommerlich gekleidet. Du hast ein total schönes gelbes T-Shirt an mit Glitzer. Habe Glitzer mitgebracht. Ja, es mutet irgendwie so indisch an und ich habe extra, um dich zu begrüßen, mein Ciao Bella T-Shirt. Ja, so stehen wir hier im Studio und ich habe hier etwas vor mir. Also Linda, du hast ja schon über 20 CDs weltweit gemacht und hast auch was dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar könnt ihr heute was gewinnen, wenn ihr anruft. Richtig. Genau. Und zwar gibt es die CD Day of the Light und dann noch eine kleinere Zusatz-IP, kann man glaube ich sagen, gell? Ja, die sind drei Lieder von der großen CD mit verschiedenen Mixes für DJs. Also die House-Version, die Elektro-Version. Mehr zum Tanzen, ne? Ja, genau. Okay, und die magische Telefonnummer lautet München 089 48 95 23 05. Wer Linda-Jo-Resource-CDs haben möchte, ich würde jetzt sofort anrufen. Die 48 95 23 05 in München. Schauen wir mal, was passiert heute während der Sendung. Ja, wir sind ja die Sendung vom Künstler Sozialwerk. Hier zuhören hat nicht nur den Vorteil, dass man was gewinnen kann, sondern ich animiere euch ja auch dazu, Mitglied zu werden im Paul-Klinger-Verein. Das kostet nur 70 Euro im Jahr. Man kriegt eine Spendenquittung und noch wichtiger, man erhält Beratung zur Künstlersozialkasse, zur Rente, zu Versicherungen, zu rechtlichen Fragen. Also die ganze Bürokratie, mit der viele Künstler gar nichts zu tun haben möchten. Wie ist das bei dir, Linda? Ich glaube, du hast deine ganze Bürokratie super im Griff. Ja. Ich habe das Glück gehabt in 85, weil ich bin hier umgezogen. Das Studio, mit dem ich erst gearbeitet habe, die Sekretär da, hat alles für mich gemacht. Also meine GEMA-Anmeldung, weil ich habe natürlich meine Texte geschrieben und dann Eintritt in das Künstlersozialkasse. Ich bin heute so dankbar, weil es normal, jemand am Anfang, besonders ein Ausländer, wir haben keine Ahnung, wie man das macht. Und es ist so wichtig für Künstler, dass die, wenn die anfangen, dass die richtig alles organisieren, weil das kommt dann Jahre später Probleme. Ja. Besonders bei der Rente. Irgendwann stehst du da und es ist like, oh oh. Ja. Weniger Arbeit und weniger Geld. Genau. Ja, ja. Also lieber früher dran denken und sich Unterstützung holen. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk ist ja eine Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht Künstlerin oder Publizistin sind, können Sie trotzdem beitreten und dem gemeinnützigen Verein ein wenig Geld spenden. 70 Euro im Jahr oder mehr. Mehr dazu unter www.paul-klinger-ksw.de oder rufen Sie einfach mal an 089-57-004895. Da wird Ihnen geholfen. Ja, und wir, Linda und ich, wir wollen natürlich nicht, dass Sie sich irgendwie hilflos vorkommen oder verloren. Das machen wir jetzt nur über die Musik mit dem Song Helpless. Yay. So schön, die alten Numbers zu hören. Ja. Und die wären auch weitergegangen bis zu neun Minuten vier Sekunden, gell? Ja, die Maxi-Singles, die gibt es nicht mehr. Ja, warum ist das eigentlich so? Wahrscheinlich, weil das keine Platten mehr, ich weiß nicht. Also damals haben die DJs nur mit diesen Maxis gearbeitet, die haben immer so reingemacht und raus. Die Übergänge. Ja, ja, Übergang. Scratching. Ja, heute sagt man ja, ein Song fürs Radio oder so sollte am besten unter vier Minuten sein, oder? Genau, genau, für Radios ist es immer kürzer. Aber wenn man auf der Tanzfläche ist und the music good is, the beat is good, then get this out zehn Minuten lang. Dafür gibt es dann die Remixes, so wie hier bei deiner CD, die man gewinnen kann. Das war jetzt, beziehungsweise du hattest ja auch schon weltweit Erfolge in der Italo-Disco-High-Energy-Szene. Was ist das eigentlich genau? Das ist ganz interessant, also das zu erklären ist komisch. Die Italo-Disco ist eigentlich in Italien geboren. Okay. This is a bestimmte Beat-Synthesizer, Drumbeat, a bestimmter Sound. This is so the Flirts. This is my music, Fancy, Gazebo, Ryan Paris. Die Vaudi ist gerade leer und du hast die ganzen Sounds von der Axte. Also eben auch helpless, was wir gerade gehört haben. Manche Länder sagen High-Energy und andere sagen Italo-Disco. Aber das ist in Deutschland groß geworden mit meiner Plattenfirma, so Six Records. Da war damals Mikulski, hat das geheißen, Mikulski Records. Die waren die Königs vom Italo-Disco. Die haben die ganze Welt in der Hand gehabt. Ich verstehe. Unglaublich. Da warst du hier in München wirklich am richtigen Ort. Ja. Okay. Und mit dem Sound hat man dann auch Auftritte in Italien gehabt wahrscheinlich, oder? Italien, also ganz Europa. Das war viel in den Ostländern. Und das ist so interessant. Ich bin vor kurz, ich war in Polen, ich war in Australien, ich war in Amerika. Und wir haben damals in den 80er Jahren kein Internet gehabt. Da war kein Facebook. Da war keine Möglichkeit, für uns Künstler zu wissen, dass wir so große Stars sind irgendwo anders. Denn Australien, die haben gesagt, mein Gott, du warst so groß hier. Warum bist du nicht vor 30 Jahren gekommen? Ich wusste nicht. Das war nicht möglich. Gott sei Dank, heute sind die Aktien wieder in und jetzt reisen wir die Welt wieder. Umso besser. Ja. Und du heißt ja Linda Jo Rizzo. Wie nehmen dich die Leute so wahr? Also in Italien oder in Amerika zum Beispiel oder in Deutschland? Bist du einfach so jemand Internationales? Oder wie wirst du da so eingeordnet? In Amerika, ich bin gesehen als Italienerin, weil die Amerikaner gibt es nicht. Wir sind alle von irgendwo anders. Ich komme aus New York und New York ist sowieso ganz europäisch. Ja. Und niemand sagt, ich bin American, weil wir sind nicht American, wir sind von irgendwo anders. Meine Großeltern sind ausgewandert damals. Aber hier in Deutschland, ich bin Amerikanerin, weil für eine Deutsche, eine Italienerin ist jemand geboren in Italien. Ich war in New York geboren. Und Italo-Amerikaner, die wissen gar nichts, was das ist. Ich sage, wir finden einen gemischten Salat. Okay. Ja, dann hören wir uns einfach noch so einen Italo-Dance-Hit an. You're my first, you're my last. Das war You're my first, you're my last von Linda Jo Rizzo hier bei der Sendung Künstlerfragen. Linda, du hast den Text selber geschrieben, oder? Ja, das war meine, also das war die zweite Produktion hier in Deutschland als Soloist. Produziert von Fancy, das ist auch ein ganz großer, achsiger Star. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, meine eigenen Texte zu schreiben. Ich habe noch nie vorher geschrieben. Und ich habe gesagt, Linda, du kannst Englisch besser als ich, jetzt schreibst du. Und das war der Anfang meiner Textekarriere, sozusagen. Ich habe inzwischen auch für andere Künstler geschrieben. Aber ich glaube, das ist mein Lieblingslied von allem. Das ist so schön. Das hat man auch sehr, sehr gut verkauft in der ganzen Welt. Das ist bekannt. Ja, sehr viel Gefühl ist da drin, wenn man ein bisschen genauer hinhört. Ich war noch jung und unschuldig. Okay, wir lachen einfach mal in die Mikros. Ja, jetzt ist bald was los, und zwar schon morgen, wo man dich live erleben kann im Zirkus Krone in München. Stars der 80er, The Living Legends. Willst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, das ist ein Benefizkonzert für die Peter-Maffei-Stiftung. Ich habe die Ehre, die Eröffnung zu machen. Also ich werde natürlich Passion singen, weil das war der Welthit. Und dann moderiere ich die ganze Kunstsaison morgen, weil die wollten jemanden, das Deutsch und Englisch spricht. Ich habe heute erfahren, dass nur 30 Prozent sind von hier, von Bayern, und 70 Prozent kommen von überall. Vom Publikum? Ja, vom Publikum. Wow. Und dabei ist Fancy, Joy, Gazebo und Sissi Catch. Also es wird ein super, super Abend. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Tickets. Aber es wird also für jemanden, das liebt die 80er Jahre, das ist ein Erlebnis morgen Abend. Okay, Leute, ran an die Tickets und ran an die CDs. Wie gesagt, ihr könnt uns hier anrufen unter der 4895 2305 im Studio. Wir haben ja CDs für euch. Ja, und ansonsten möchtest du noch auf irgendwas hinweisen, wo du auftrittst demnächst? Oder sollte man einfach deine Webseite besuchen und sich ein bisschen schlau machen? Das können die auch machen, also www.lindajorizzo.de. Aber jetzt nach morgen geht es los in Amerika. Ich habe ein artiger Konzert zum ersten Mal in New York City seit 30 Jahren. Und zehn Minuten, von wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Also das ist ein richtiger Heimspiel für mich. Wow, in der Nähe von Queens. In Queens. In Astoria Queens. Ich habe in a Melrose Ballroom, this is called, ist so lustig, weil ich habe den Vertrag bekommen. Ich habe gedacht, Moment, ich dachte, das ist Manhattan. Natürlich, die ganzen Konzerten sind Manhattan. Und dann habe ich gelesen und gesagt, das ist Queens. Dann habe ich geschaut und so, oh my God, ich kann zu Fuß hingehen. Das wird ganz lustig. Das ist der Wahnsinn. Also Familienbesuch und Heimspiel. Ja, richtig, richtig. Und da bin ich mit Sandra und Savas auch zur Show und wieder moderieren. Also ich bin wegen der Sprache jetzt auch bei dem Heimspiel. Toll. Und dann bin ich zwei Wochen weg. Und die nächste öffentliche Veranstaltung ist im Sommer. Also erst ab Juli wieder. Aber das ist sehr spannend. Und Sandra, das war die mit Maria Magdalena und Hiroshima. Genau. Ja, irre. Das ist echt, das ist echt witzig. Ich habe sie noch nie kennengelernt. Das war die erste Woche. Ja, ja. Aha. Sehr schön. Ja, ich war letztes Jahr auch in New York und hatte auch kleine Auftritte mit meinen Gedichten. Wow. Ja, also wer dazu nochmal was nachlesen will oder so, kann man auch auf meiner Webseite finden. www.franziska-huprecht.de Ja, genau. Und ich twittere jetzt auch seit dem Valentinstag. Da habe ich angefangen. Jeden Tag mache ich einen Reim. Das hat auch mit Sprache zu tun. Eine seltene oder poetische Vokabel auf Deutsch, aus der mache ich einen Reim und erkläre das dann kurz auf Deutsch und auf Englisch. Also das ist für alle Sprachliebhaber oder alle, die Deutsch lernen oder alle Expats und so. Genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, unsere Werbung abgeschlossen, oder? Fällt dir nochmal sein? Hören wir uns mal was Aktuelles an und zwar ein bisschen anderer Sound, als was wir bisher gehört haben. Day of the Light, das ist das Titellied von deinem Album Day of the Light, 80s Reloaded, kann man sagen. Wann ist das erschienen? Die neue, der 80s Reloaded Album ist jetzt seit Mitte April digital zu haben und im Juni kommt das CD. Also du bist ein bisschen jünger zu unserer Generation. Ich glaube, ich kaufe immer CDs. Ich will ein CD in meinem Auto hören oder zu Hause. Die Kids machen nur Downloads. Ich weiß überhaupt nicht, wie er downloaden geht. Okay, du willst lieber dein Booklet anschauen und was in der Hand haben. Hören wir mal rein. Day of the Light. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben hier jetzt richtig abgedanzt. Haben wir getanzt. Also macht's wirklich Laune. Und mich erinnert es auch so ein bisschen an das Album Believe von Cher oder sowas. Ja, a little bit, yeah. Geht so in die Richtung, gell? Also, aber jetzt hast du eigentlich schon genug CDs gemacht in deinem Leben, oder? Dann da. Nö. Es geht weiter, es geht weiter. Aha. Ja, in dem Music-Business, man muss immer, immer weitergehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch wichtig für die junge Kunst, weil es ist viel schwieriger heute, als es war vor 30 Jahren. Es ist viel mehr Konkurrenz. Die Sachen passieren alles sehr schnell mit Internet und YouTube. Alles, was wir nicht vorher gehabt haben. Und man muss einfach dranbleiben. Es ist interessant, ich war am Wochenende in einem Hotel in Polen. Da war ein Kanal RTL im Fernsehen, Deutsch. Okay. Und da war ein Special über Dieter Boland. Ja. Da habe ich das geschaut. Also vor Modern Talking, also vor You're My Heart, You're My Soul. Er und Thomas Anders, die haben keinen Erfolg gehabt. Jahrelang. Und dann, das Lied war der Durchbrück. Und was ich habe, also die Inspiration, die ich habe von dieser Sendung bekommen war, ist, Dieter hat nie aufgegeben. Er hat immer weitergemacht. Und ich glaube, das ist so wichtig. Die Künstler, das fangen an heute. Einfach, you know, set your goals, dein Ziel. Bleib diszipliniert und mag und glaube und verliere nie den Gläubigen. Ja. Mag einfach. Man weiß nicht. Man weiß nicht. Ein Ziel setzen und in der Zeit, bis dann der Erfolg vielleicht kommt, übt man ja auch und wird immer besser. Richtig. 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 Aber an was bist du denn jetzt so dran? Willst du uns da was verraten? Ja, also ich bin wieder in der Studio für mein nächstes Projekt, aber das ist eigentlich geheim. Weil das ist, ja, darf ich noch nicht was sagen. Aber es ist 2008, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber von der Bühne kannst du ein bisschen mehr erzählen. Du machst ja ständig Auftritte und auch der Song Day of the Light reißt die Leute richtig mit. Wie kann man sich das bei dir so vorstellen? Also ich habe bei YouTube was gesehen, da sind Leute im Publikum, die halten deine Platten hoch. Ja. Da sind Tänzerinnen auf der Bühne und die Leute wedeln mit so Tanzröhren oder so Tanzutensilien rum im Publikum. Ist das so die Routine bei dir? Bei den Axiger Konzerten schon. Die Leute kommen mit Maxi-Singles, das sind schon 30 Jahre alt und ich muss unterschreiben, das ist ja unglaublich. Die haben das behalten, das gibt es nicht mehr. Das ist so fast ein Museumsstück. Ich mag nicht nur Axiger Konzerten, inzwischen, also zwischen den Axigen Jahren und heute ich habe auch verschiedene Projekte mit etwas cooler Musik und Poprock und Country und Oldies, weil ich liebe einfach die Bühne. Das ist mein Zuhause und das reicht nicht nur Aufnahmen im Studio und Konzerten. Ich bleibe immer, immer aktiv. Ich habe verschiedene Musiker, mit denen ich auch live arbeite, weil die Axiger Shows sind nur mit Halb-Playback. Man kann das Sound nicht live auf die Bühne bringen. Das ganze Synthesizer und Alters-Equipment. Da brauchst du zehn Leute und Computers, you know, das geht nicht. Aber ja, ich habe viele Sachen entwickelt und weil ich so lange auf der Bühne bin, mag ich auch Events. Ich organisiere auch andere Konzerte und Events und ich moderiere, weil das ist, wie ich sage, ich liebe die Bühne. Ich kann nichts ohne erleben. Du kommst ja auch richtig gut an bei den Leuten. Hat das irgendwie ein Geheimnis? Ich glaube, die Leute sagen mir, ich kann nur sagen, was die mir sagen. Erstens die Power, du hast es am Anfang gesagt, die Powerfrau. Aber auch, man merkt, dass sie Spaß haben, weil ich, ja auch, wenn man müde ist oder gestresst, wenn man auf der Bühne ist, ist es einfach lächeln und strahlen. Und es ist nicht gespielt. Ich liebe das. Ich wage auf, ich habe heute einen Auftritt gehabt um halb elf. Das ist eine tödliche Uhrzeit für ein Künstler. Am Vormittag. Ja, 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 mit einem live Trio, you know. Ich war so müde. Ich habe immer gegeben und dann war ich auf der Bühne und boom, ich war voll mit Power und getanzt. Like, wow. Ja, ich liebe meine Arbeit. Und dann steckt das auch an. Ja, die Leute fühlen das. Morgen kann man das im Zirkus Krone erleben. Da ist ja auch Fancy mit dabei. Mit ihm verbindet dich sehr viel. Ja, der war mein erster Produzent und es ist so lustig. Ich habe erzählt vorher, dass ich die Möglichkeit gehabt habe für eine Solokarriere mit Flirts, also nach den Flirts. Und das war wegen Fancy. Ich habe ihn getroffen in 1984 auf einem großen Konzert in Saarbrücken und er hat damals angefangen, erst angefangen mit Produktionen, also Künstlers. Und er hat mir seine Karte gegeben und hat gesagt, falls du die Gruppe verlässt, bitte ruf mich an. Und ich habe fünf Monate immer in einem Hotel geschlafen, also ich habe gelebt vom Koffer. Ich habe die Nummer verloren. Oh nein. Ich bin zurück nach Amerika, habe ich meinen Vertrag gelöscht während der Flirts, bin ich zurückgeflogen, konnte ich die Karte nicht finden, habe ich wirklich angefangen, alleine in einer Pianobar, ganz alleine in München, für 150 Mark am Abend. Das war meine 5.000 Mark Gage auf 150. Aber das ist, was ich meine mit dem Traum. Ich meine, ich wollte Erfolg, ich wollte hier schaffen. Ich habe Koffer gepackt und habe gesagt, jetzt mache ich, mir ist egal. Und da hattest du Fancy aber noch gar nicht erreicht, weil du die Nummer nicht hattest. Genau. Du wirst trotzdem einfach von hierher. Das war Schicksal, weil ich habe, ich weiß nicht, wie viele Nächte war ich schon da, habe ich gearbeitet. Und irgendwann, kurz am Abend, jemand ladet mich einfach ein Glas Champagner. Und ich gehe zum Tisch in der Pause und sage, vielen Dank. Und der Herr sagt zu mir, bist du Linda Joditsa? Ich habe gesagt, ja. Er sagt, warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe gesagt, wer bist du? Er sagt, damals konnte ich nicht mit sie. Who are you? Ich sage, ich bin Fancy. Ich habe ihn nicht erkannt, weil er auf der Bühne war. Er war immer geschminkt, so wie Travesti mit Dänzers und Feuer. Und an diesem Abend, er war ganz normal gekleidet, weißer Hemd und Brille. I'm like, oh my God. Ja, ich habe die Nummer verloren. Und dann sagt er, was magst du nach der Show? Ich sage, ich fahre zu Hause. Hast du Zeit? Ja. Sein Studio war wirklich ab 100 Meter, von wo ich gesungen habe. Und in der Nacht, um ein Uhr, habe ich meine Gänsehaut, habe meine erste Platte Fly Me Heimedin aufgenommen, um ein Uhr nachts. Das war Schicksal. Es war Schicksal. Wahnsinn, ne? Krass. Ja? Ja. Da passt die Nummer Stronger Together, glaube ich, auch ganz gut dazu. Genau. Hören wir mal ins nächste Lied rein. Ich winke mal rüber zu unserem Ton. Genau. Stronger Together. Ja. Hier sind die Künstlerfragen, moderiert von Franziska Rupprecht. Linda Jo Rizzo ist bei mir zu Gast. Ja, das war ein unheimlich positiver Song. Ist dir das wichtig, so mit so einer Attitüde zu schreiben? Schon. Ich habe gerade gedacht, ich glaube, die achsige Musik war so populär auch, weil das war eine positive, das war happy music. Im Vergleich mit was heute läuft, ne? Also etwas mehr aggressiv und so weiter. Böse und... Ähm, 80s was happy, happy. Und ich will happy music. Da ist so viel in der Welt, was heute läuft. Wir müssen Liebe und Happiness und Positivität zurückbringen. Ich glaube, das ist so wichtig. Ja, finde ich auch. Ja. Also so sehe ich das auch, wenn ich Gedichte schreibe. Das ist total wichtig, weil von den schlechten Sachen gibt es schon genug. Die muss man nicht multiplizieren. Richtig, richtig. Als ich das zuerst gehört habe, Stronger Together, da dachte ich, das ist vielleicht auch so eine Anspielung auf Teamwork, dass man vielleicht auch als Künstlerin so im Team oder mit einem Produzent oder so besser weiterkommt. Ist das auch so eine Art Berufsgeheimnis bei dir zusammen oder siehst du dich eher als Einzelkämpferin? Ja, ich bin schon ein Einzelmensch. Ich funktioniere sehr gut in Groups, aber alleine. Ja, ich habe das gesehen, weil ich mein Lokal gehabt habe, dass ich nicht so gut Lehrer bin, wenn es eins zu eins ist, jemanden was dabei zu bringen. Okay. Aber ich strahle mehr an Menschen. Ich gebe was aus mit der Hoffnung, dass die das annehmen. You know what I mean? Ja, also von dir allein zu einer Gruppe eher als jetzt so one-on-one, zwei Personen im Unterrichtsraum oder sowas. Ja, das ist nicht mein Ding. Okay. Aber dein Ding war ja dieses Lokal in Schwabing, wo unheimlich viele Live-Events waren und wo du auch jungen Künstlern auf viele Arten eine Chance gegeben hast. Ich glaube sogar auch Jobs. Ja, ja. Ich habe das von 2000 bis 2008 gehabt. Es war ein Traum von mir. Das war ein bisschen zu früh. Ich hätte das vielleicht in meiner Rente machen müssen. Aber die Gelegenheit war da. Ja, und das war, ich habe italienische Küche gehabt, weil ich komme von der gastronomischen Familie. Mein Vater ist Koch. Und ich habe Live-Music gehabt, jeden Abend. Also jeden Abend war ein anderer Künstler auf der Bühne. Alle Richtungen. Und es hat sich so entwickelt, dass jeder Dienstag bei uns war Open Mic für Songwriters, also Nick Covers. Die waren Künstler, mein Gott, die waren, die Jüngste waren, ich glaube, 14. Und die haben selbst komponiert. Das war so schön. Ich war natürlich wie eine Mama oder, viele haben gesagt, ich war die neue Gisela. Sie war ganz bekannt, die Gisela von Schwabing. Ich habe sie dann Jahre später kennengelernt. Das war eine große Ehre. Aber ja, ich habe es dann entwickelt, das war Piazza Linda war der Name. Und ich habe es dann entwickelt, dass die Künstler lernen, richtig auf der Bühne zu sein. Wir haben die Beste ausgesucht. Und einmal im Monat, wir haben so wie Piazza Linda sucht den Superstar. Okay. Ich habe die drei Beste genommen und einmal im Monat, wir haben immer so dreimal halbe Stunden. Und die mussten, ja, drei Künstler mussten eine halbe Stunde eine Show machen. Mit dem Publikum. Ja. Das war so, oh mein Gott. Manche, die haben so gezittert und so angesehen. Die haben gesagt, du lernst nur durchmachen. Du wirst nur besser durch Gesang und Spielen. Du wirst nur lernen durch Fehlers, auch wenn du runterfällst von der Bühne oder du den Text vergisst. Das ist alles, ja, da gibt es keine Schulung. Okay. Und dann gab es einen Gewinner oder Feedback oder, ja. Ja, wir haben, eine von unseren Kunden hat ein Studio gehabt und der hat ihn gesponsert, dass die in das Studio gehen und ein CD machen. Ja, war so nett. Toll. Schönes Konzept. Heute gibt es ja oder jetzt gibt es auch viele Gesangstalente, die eben auch so denken, hey, ich habe Glück bei den Auftritten, ich komme gut an oder ich mache bei einer Castingshow mit und dann bin ich super reich und alles läuft irgendwie. Hast du für die einen guten Rat? Ja. Heute, nicht nur Musik, alles heute läuft sehr, sehr schnell. Und die ganzen Talentshows, Deutschland sucht der Superstar oder Voice of Germany, die sind super. nur viele junge Kunsthows, ich glaube, das ist so präsentiert, dass wenn man schön singt, kann man schnell zu Star werden. Das ist harte Arbeit. Meine Generation, wir haben wirklich vom Null angefangen. Also ich weiß, wie das ist, wie ich sage, 150 Mark bis zum Star. Und viele Kids, das kommt zu schnell. Wenn jemand jung, schnell Erfolg hat, die soll schauen, dass irgendein Eltern oder Family Member oder irgendjemand betreut, dass die da sind, dass die Füße bleiben auf dem Boden. Und wenn das Geld schnell reinkommt, aufpassen. Weil unsere Musikwelt, du weißt nie, auch wenn du einen großen, großen Hit hast, du weißt nicht, ob es weiterkommt. Es sind viele One-Hit-Wonders, you know. Andere haben eine Karriere 30 Jahre lang. Ich kann nur empfehlen, wieder set your goals, also Ziele, diszipliniert, arbeite dran, aber bleib immer mit dem Fuß auf den Boden und sei dankbar für was du hast. Ja, also lieber ein bisschen bodenständig bleiben, so wie der super sympathische DSDS-Gewinner Prinz Damien zum Beispiel. Der verfolgt auch seine Ziele. Und ja, die Gefahr könnte eben sein für viele andere, dass man eben doch irgendwie abhebt und der Erfolg dann nicht so lange hält. Ja, man weiß nicht. Man weiß nicht. Es ist alles Chance, alles Glück. Mein Studioman hat einmal zu mir gesagt, man braucht, also 95 Prozent ist Talent und 5 Prozent ist Glück. Aber die 5 Prozent führt die 95. Und da hat man keinen Kontroll. Oh Mann. Wir drücken für alle die Daumen, würde ich sagen, hier in unserer Künstlersendung. Ja, das künstlerische Berufsleben ist einfach nicht ohne Unterstützung und auch einen netten Kreis von Gleichgesinnten könnt ihr beim Paul Klinger Künstlersozialwerk finden. Am 6.6. ist wieder unser Stammtisch in der Bar Bistro Roy, gleich beim Sendlinger Tor. Und ja, wir sind auch auf Facebook und YouTube vertreten. Man kann auch einfach anrufen, wenn man Fragen hat, werktags unter der 57004895 und kann sich dann Fragen erklären lassen zur Anmeldung oder so. Genau, aber apropos Roy, Linda, du machst da ja auch was, ne? Ja, ich habe auch gestammtisch in Roy. Ich habe mir gefreut, dass du auch hast. Immer der letzte Dienstag im Monat um 19 Uhr und das läuft seit drei Jahren jetzt. Ich habe das angefangen, weil ein Künstler hat wenig Zeit für ein Privatleben, Privatzeit mit Fans und Freunden. Jetzt sind wir bei der Show, hallo, Bussi, Bussi und man ist weg. Und ich habe das angefangen, dass ich mit Leuten sitzen kann, ohne auf der Bühne zu sein. Und ich habe sehr schöne Freundschafts gebaut über die drei Jahre. Ich bin überrascht. Das ist schön. Es ist vielleicht nicht die perfekte Liebe, aber wir hören uns jetzt mal Perfect Love noch kurz an. Die Künstlerfragen. Ja, das war ein Lied von dir, Linda. Auch. Perfect Love, eins von sehr vielen. Und gehen wir nochmal ganz zurück in die Vergangenheit. Du stammst ja aus Queens, New York. Und du hast vorhin schon gesagt, beide Großeltern sind aus Sizilien gekommen. Wie war das da aufzuwachsen? Also bist du sehr amerikanisch aufgewachsen? Nein, total italienisch. Also Astoria, Queens, wo ich geboren bin, aufgewachsen. Das war total italienisch. Total. ähm, ja, italienische Essen, italienische Sprache. Wir haben leider zu Hause Englisch gesprochen. Okay. Damals die ausgewanderten Leute, die haben sehr oft die Kinder nicht gelernt, die Sprache, weil das war ihre Geheimsprache. Ach so. Die haben immer geredet Italienisch, weil die wollten nicht, dass wir verstehen. Ach komm. Und deswegen haben sie gesagt, ich will Italienisch lernen. Und dann habe ich gelernt. Weil ich wollte wissen, von was die reden. Ja, ist ja auch schlau, dann mehr Sprachen zu können. Aber da mit dem Englisch sprechen zu Hause, da war es dann doch so ein bisschen amerikanischer, ne? Und sonst... Fünf Sprachen. Ja, und sonst aber wirklich italienisches... Ja, Essen war italienisch, Musik war viel italienische Musik. Ja, einfach so. Wahnsinn. Ach, das ist alles so spannend. Aber ich muss jetzt schon auf die nächste Sendung Künstlerfragen hinweisen. Die läuft am Freitag, 23.06. wieder um 19 Uhr. Es moderiert diesmal Thorsten Sova vom H-Team. Und es geht um die Kunstausstellung Recht und Armut. Dazu hat er sich eine Preisträgerin und Teilnehmer als Gäste eingeladen, hier auf Lora 92.4. Und ich sage jetzt danke an Klaus Aschauer für die Tontechnik heute. Und es geht dann weiter mit Christian Kühn und Poesie. Und jetzt verabschiede ich mich noch poetisch und ganz persönlich, denn ich habe auch Musik mitgebracht. Einen brandneuen Poetry Song mit dem Titel Finn. Und da habe ich auch mitkomponiert. Und ja, bin gespannt, was du dazu sagst. Linda, Joe, Rizzo, toll, dass du heute da warst. Es war wirklich spannend, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, danke schön. Auch nett. Ja, also wirklich sehr schön. Genau, seid inspiriert. Die CDs, die verlosen wir dann noch anderweitig. Vielleicht habe ich auch Anrufe verpasst vorhin, das muss ich gleich klären. Genau, und jetzt sende ich euch allen Glitzer. Bye, bye. Ciao.